und herzlich willkommen zu einer ersten runde wie ihr es schon sehen könnt Binding of Isaac ich versuche mich mal an dem Spiel ran und bei dem Spiel braucht man irgendwie klar nicht die Maus, das ist irgendwie ungewohnt für mich für einen der Minekraft spielt der immer die Maus bewegen muss mit den Pfeilen schieße ich ja und mit WSD kann ich halt laufen hier muss man halt also man, indem man weint macht man an den Gegnern Schaden ja man muss halt ein Boss besiegen und die Stories halt irgendwie seine Mutter hat ihn irgendwie in den Kerker hier gesperrt und damit er eigentlich verrecken soll aber tut er aber nicht weil ich das Spiel spiele das ist eine Bombe aber eine Feinfüche was ist die Musik nervig ist das nervig und das ist jetzt zu nervig ich bin jetzt auch noch nicht so eingespielt ich hab jetzt auch noch kein Runde gespielt ich glaub aus den Blöcken die Blöcken aus den Steinen wo ich grad äh vorstehe die kann man glaub ich wegspringen und dann kriegt man extra Herz ja so ein Seelenherz nennt sich das glaub ich aber wie schon gesagt ich hab das jetzt schon länger nicht mehr gespielt ich hab so quasi meine Mutter entscheiden lassen was ich aufnehme denn ich hab nämlich meine Mutter gefragt von 1 bis 4 welches Spiel soll ich aufnehmen und sie hat halt Nummer 1 gesagt und Nummer 1 war Weining of Isaac Boah Okay Ist egal So jetzt kann ich auch lauter reden also jetzt muss ich nicht nicht so laut reden damit ihr mich überhaupt versteht wenn ich die Scheiße kaputt mache das ist dessen abgeholt okay Boah Boah seh ich nicht sauber aus kann man nicht anders sagen was willst du also man muss halt mit Endboss Räume machen und ja man muss sie besiegen dann kommt man in eine andere Keller in eine andere Keller genau in einen anderen Keller Stock Werk wo kann ich gut Sachen sprechen was 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 nützt das denn ich kann fliegen I believe fucking was ich kann nicht mehr fliegen nicht und ich nicht die Kirchen also die Gegner kenne ich noch ich kann schreibe es einfach mal in die Kommentare was ihr anhaben wollt er muss sie vor wenn die Gegner nicht kann ich kann ich möchte einfach nur den typen macht er die ganze Scheiße kaputt dieses ist ja so viel scheiße wer war das hält und mit bin ich ich schmutzig und oben bin ich glänzend was für ein ironisches Leben ironisch ja das deshalb das übliche in der ach die gehören zu mir oder was dann ist ja cool gell oder was was sagt k k k k k k k k kann man die nicht wegspielen die Türen die 3 die thema was aufmachen wenn man an alle anderen Räume n war ich glaube wenn ich einen jahr k h er h er nächstes Mal kaputt nach Rödern kommen da mein Gehirn raus Prozent sind das neue Gehirn sind Ach ja das hat sich schon mal wo ich das gespielt habe sind ein paar wahrscheinlich bevor ich die zum Boss ausgesen die bestimmt die alle weg Prozent es sind die Nix das war mir dann dann Blitz Attacke eine Bombe über ist was ich damit Angriff mein Name das ging schnell das ging möglich in der Tat schnell ich würde sagen diese diese Etage machen wir hin zu Ende ist glaube ich schon der Part zu machen wir nehmen nicht momentan kein Teil mehr wie lange ich schon und nicht der Dunderblitz Attacke wenn Attacken sind richtig okay deswegen mag ich sie nicht und ich weiß nicht ob ich das im letzten Part gesagt habe aber die demnächst kommt auch kein Mein Kampf mehr ich bin gerade mein Kopf was am machen das habe ich schon so quasi was ist das das habe ich so quasi schon im er ist das wo ich in der Schule war was ist das ach so dafür muss das aber wahrscheinlich gut sein ich habe gerade auf Sneaken gedrückt weil ich nicht immer noch in mein Kopf war weil Fliegen und wenn man es liegt ja dann fliegt man wieder runter andere Leute die auch auf Playstation spielen würden sagen nee das ist nicht so aber in Minenkraft auf PC ist das so ja ja ich bin schon noch die ist dann das ist sehr viele Schüsse haben wenn ich weiß wo die Schlüsselanzeige ist die ist hier oben da wo ich hinschieße da da guck mal wie ich noch irgendwo ein Schlüssel finde Bieter Auer ja das eine Herz bringt mir sehr viel da ich ja nur noch insgesamt ein Herz besitze ja wieso habe ich ja gesagt was ergibt das für einen Gin ich versuche mal was nur weil ich ich habe keinen Schlüssel und funktioniert es nein das hat doch früher mal funktioniert ach ich kann da drüber fliegen ist mir jetzt erst aufgefallen und ich weiß man kann irgendwie Wände aufsprengen und die Wände sind dann irgendwie brüchig ich sag mal hier ja habe ich habe ich so viel versprochen ich denke nicht ich denke nicht äh 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 okay okay muss ich nicht verstehen ähm ähm ja toll toll nur weil ich die Kiste wollte geh mal weg kleiner kleiner was bist du überhaupt was spielstuhl kann er mich überhaupt beim fliegen treffen das ist auch so eine Frage das ist auch so eine Frage äh ja ist gar nicht eklig ich höre sie nein überhaupt nicht mach mach doch noch mehr ja mir ist so schwindelig wieso ist mir so schwindelig ist gerade in echt schwindelig warum wohl was macht mein Bildschirm auch gerade war ein halbes Herz ich habe nicht mal Schaden gekriegt aber auch okay hm wo war jetzt der ah doch oben hä was ergibt das für einen Sinn ah doch oben und ich habe nicht mal jetzt gesagt dass das oben ist aber auch okay boah bin ich klug aber endlich ist dieser blöde Effekt weg aber ich würde ein warte ich würde dann mal sagen das war's von der Runde Binding of Isaac ich hoffe es hat euch gefallen ja wenn es euch gefallen hat aber nur wenn ihr wollt und ja nur wenn euch es gefallen hat lasst ein Like da ich möchte nochmal was sagen ich bin nicht so ich bin nicht so ich möchte einfach nur mein Ding durchziehen denn ich habe davon in der Schule Hate gekriegt weil ich Youtube mache ja 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 ich würde sagen tschau nein haut rein und tschau tschau tschau